3 Es wird auf jeden Fall mega interessant heute haben, weil die einzigen Künstler, die auf Deutsch singen und dann noch eine eigene Nummer die man nicht aus dem Radio oder so kennt. Von mir, ganz intim, ein sehr intimes Lied. Aber ich hab mir gedacht, Alter krass, mit so coolen Leuten fack auf, wir bringen es einfach und wir hoffen, dass die Leute halt irgendwie berührt werden von meinem Lied. Und ich denke, die Jungs habe ich auf jeden Fall schon im Boot, emotional. Und die ganzen Heulbohjen, ja? Ja, ja. Und ja, ey, wir lassen es einfach auf uns zukommen. Und großes Kino und große Gefühle heute Abend. Auf die Fans können Engst und seine Jungs schon mal zählen. Zicke, zacke, zicke, zacke. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn wir jetzt auf die Bühne gehen und das Ding komplett versemmeln. Keine Fäuste auf Tischen, kein Porzellan an der Wand, nur verlorene Blicke und ein halbvolles Glas in der Hand. Packst deine Sachen und sagst, den Rest holst du später. Dann fällt die Tür in das Schloss, das war der Moment, in dem es weht. Alles verloren ist, ist alles am Arsch. Ich hör die Tür und schenk mir nach, während ich aus dem Fenster starr. Go! Und ich schau dir noch mal nach und es fühlt sich anders an, anders als gedacht. Again, check! Und ein bisschen tut's noch weh, wenn ich seh, wie du gehst. Wir haben versprochen, ja wir haben gelogen. Dieses Spiel konnten beide ganz gut, beide haben wir betrogen. Und jetzt steht man da und denkt, es war doch eigentlich okay. Doch nichts von dem, was wir wollten, wurde Realität. Alles am Ende, es ist alles kaputt. Ich hörte Cure und schenk mir nach, während ich aus dem Fenster starb. Und ich schau dir noch mal nach und es fühlt sich anders an, anders als gedacht. Everybody Und ein bisschen tut's noch weh, wenn ich sehe, wie du gehst Und ich schau dir noch mal nach und es fühlt sich anders an Anders als gedacht Und ein bisschen tut's noch weh, wenn ich sehe, wie du gehst Wow, pure Emotionen, wow Verdammte Scheiße, meine tiefsten Emotionen auf einem Tablett der Welt zu Füßen gelegt Und es war gut, es war ehrlich, es war nichts gekünstelt, es war einfach, es war wirklich scheiße, es war das echte Leben Es war einfach echt Matthias ist so bereit, so weit für die Bühne Er hat total Kontroll über die Situation, über das Publikum Wir sagen in Finnland, das Publikum ist von Matthias Hand Es ist so geil, so, so, so geil Wenn dir das gefallen hat, seh dir hier oben noch mehr Videos von die Band an